Ich will einmal was sagen, dein Maulwerk ist mit, wenn elektrisch wird, das wäre schön. Warum? Dann könnte ich es abstellen, wenn ich wollte. Shop24 direkt präsentiert Ihnen. Humor der Spitzenklasse, denn die Legende lebt weiter. Ist das ein Blödian bist du? Nein, Florian heiße ich. Nach dem gigantischen Erfolg der Kollektion zum Stange wird, gibt es nun endlich auf vielfachen Wunsch Peter Steiners Theaterstakel. Das ist mir zu hoch. Das glaube ich dir. Wenn du denkst, hast du bei dir immer auslassen. Freuen Sie sich auf die nächsten 1000 Pointen aus dem Hause Peter Steiner. Über 20 Stunden beste Fernsehunterhaltung. Mit einer großartigen Preisersparnis gibt es nur jetzt hier für Sie. Ja, es ist soweit. Das gab es tatsächlich noch nie. Ein großes Stück guter deutscher Fernsehunterhaltung ist erstmals komplett auf einer Kollektion erhältlich. Wir präsentieren Ihnen Peter Steiners Theaterstadel. Die legendäre Fernsehserie gibt es jetzt auf DVD. Du glaubst, dass der Bertl der Richtige dafür ist. Ob der Bertl der Richtige ist, schau ihn doch an. Genau der Richtige. Wenn der in den Kaminen ist, schaut ins Feuer aus. Wann kann ich mit dem Herrn Pfarrer reden? Wann? Am 31. Februar. Wir haben für Sie 8 DVDs. Randvoll mit dem urwüchsigen Humor eines Peter Steiner, den trockenen Pointen seiner Tochter Gerda, den unvergesslichen Kulissen sowie, nicht zu vergessen, dieser riesengroßen Portion Menschlichkeit. Das sind weit über 20 Stunden gute alte Theaterunterhaltung auf nur einer Kollektion. Ich meine, ich komme jetzt auch schon schön langsam in die Jahre. Langsam ist gut. Du bist ja bald schon wieder draußen. Für mich bist du schon in der dritten Blüte. Am Friedhof brauchst du auch nicht rausgehen, weil sie das Heimgehen nicht mehr rentiert. Ade, du Junggesellenzeit. Um stilles Beileid wird gebeten. Peter Steiners Theaterstadel begann Anfang der 1980er Jahre als umjubeltes Tourneetheater. Später wurde zunächst der TV-Sender RTL, dann Sat.1 auf die großartigen Stücke des legendären und unvergessenen Volksschauspielers Peter Steiner aufmerksam. Aber bis dato gab es noch nie das komplette Angebot auf einer Kollektion. Das aber haben wir jetzt endlich für Sie. Ja, weißt denn du nicht, dass der Schnaps ein langsam wirkendes Gift ist? Ich mach dir nichts aus, ich hab sehr viel Zeit. So, das könnte doch so schön sein. Die Gerda und ich und unsere fünf bis sechs Kinder. Wie viel? Ja, sechs Kinder. Sechs Kinder? Dann habt ihr keinen Fernseher dauernd. Eingespielte Begeisterung brauchten die Steiners nicht. Das Publikum zauberte die Atmosphäre, die Pointen saßen und die Zuschauer am Bildschirm waren begeistert. Immer wieder wurden wir gefragt, warum gibt es Steiners Theaterstadel nicht komplett auf DVD? Grund genug, Ihrem Wunsch nachzukommen. Und Achtung, rufen Sie uns jetzt an und Sie sparen mit diesem Anruf sofort 10 Euro. Ja, dann haterst du irgendwo in einen reichen Bauernhof hinein. Wir haben ja genug reiche Bauern, Töchter, reiche Witwen mit viel Geld und so. Da weiß ich zum Beispiel gleich eine für dich. Den Reisberger, seine Tochter, das ist der reinste Bumerang. Wieso Bumerang? Die war schon siebenmal verlobt, kommt immer wieder heim. Holen Sie sich weit über 20 Stunden beste Unterhaltung ins Haus. Wir haben Peter Steiners Theaterstadel mit 16 großartigen Stücken für Sie auf DVD zusammengestellt. In Erinnerung an Bayerns Theaterlegende Peter Steiner und die Volksschauspielerin Erna Wasmehr. Sie sparen mit Ihrem Anruf jetzt 10 Euro bei Ihrer Bestellung. Rufen Sie uns jetzt an. 0800 045 44 00. Herzlich Willkommen, herzlich Willkommen zur Tiago-Stadelzeit. Wir spielen für euch bis 0800 045 44 00. Auch im Internet sind wir für Sie da. shop24direkt.de Übel sprachlos. Was? Herr liebe Gott, erhaltet ihr diesen Zustand. Wir präsentieren Ihnen Peter Steiners Theaterstadel. Über 20 Stunden beste Fernsehunterhaltung für Sie. Sag mal, willst du einen Narren aus mir machen? Oh, ich werde unter Natur nicht. Jetzt halte ich ein Puschnitz. Das ist Peter Steiners Theaterstadel. Freuen Sie sich auf die vor einem Millionen Publikum ausgestrahlenen Episoden. Außerdem sollen die drei feststellen, was du zusammenkuckst. Dann rentiert übrigens ein Lazarett bei uns auf den Hof. Jede einzelne Folge, 90 Minuten lang und das weit über 20 Stunden beste Fernsehunterhaltung für Sie. Willkommen zu dieser großen Ehre. Holen Sie sich die beste Fernsehunterhaltung auf 8 DVDs ins Haus. Jetzt anrufen. 0800 045 44 00. Peter Steiner hatte genau das richtige Rezept. Er kombinierte bayerisches Volkstheater mit einer großen Portion Frechheit. Dazu krachledernde Komik, die hohe Kunst des Timings beim Setzen der Pointen. Dazu ganz viel bärbeißigen Charme, Spielfreude und Temperament. Und auch immer eine Moral zum Nachdenken. Überzeugen Sie sich selbst, denn diese fast 1500 Minuten Theatergeschichte sind ein wahres Feuerwerk der guten Gags. Schlechte Träume hab ich gehabt. Hab geträumt von der Hölle, vom Teufel seiner Schwiegermutter. Nein, war das ein greisliches Vieh. Ja, die hat dir runtergrüßen ähnlich gesagt. Mich wundert es, dass sich unser Herrgott da nichts anderes einfallen hat lassen, wie er den Adam erschaffen hat. Also mich gar nicht. Da wird ja wahrscheinlich schlechter Laune gewesen sein. Peter Steiner und sein Ensemble erreichten mit Steiners Theaterstadel bis zu 9 Millionen Zuschauer pro Ausstrahlung. Undenkbar für heutige Zeiten. Sichern Sie sich die legendäre TV-Serie mit Peter und Gerda Steiner jetzt erstmals komplett auf DVD. Das ist Sitcom Made in Bavaria. Das ist ein einzigartiges Stück deutscher TV-Geschichte. Das hat nichts von seinem Reiz verloren. Das sind 8 DVDs, die Sie das Lachen lehren. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vorbewerbenspielse, du zieh die Bremse an. Was? Ich bin ja nicht blöd. Jetzt, wo der Zug so schön unter Dampf steht, brenn sie nimmer. Aber Gott, das wollen wir ja im Gassen. Überhaupt, ich gehe jetzt in die Küche. Ja? Einen heißen Tätern. Nun verbrenn dir bitte deine Zunge nicht. Sonst, sonst ist sie außer Kraft gesetzt. Ich weiß nicht, wo ist das denn? Ein Blödian bist du. Nein, Florian heiße ich. Jetzt habe ich unseren Hausdrachen wieder steigen lassen. Es gibt für Sie ein Wiedersehen mit den Legenden des Bayerischen Mundarttheaters. Mit großen Namen und unvergessenen Schauspielern. Und immer im Fokus die Steiners. Eine theaterverrückte Familie mit dem gottgegebenen bayerischen Witz. Der Grandler, den man lieben muss. Und ein Ensemble, das mit dem Herzen voll mit dabei war. Rufen Sie uns jetzt an. Und Sie sparen mit diesem Anruf sofort 10 Euro. Im Vorbeifahren hat er zu mir gesagt. Mary, tu mal dein Tempo ein bissl bremsen. Jetzt hast du nämlich grad die alte Bistbieglerkarte mit ihrem Stelzfuß überholt. Nicht, dass du gestraft wirst wegen zu schnell fahren. Bye-bye. Also, mädel, tu mal ein Freund und redet immer Französisch mit mir. Geh, das ist doch Englisch. Für die vielleicht, für mich ist Französisch. Ja. Auf in den Kampf, die Schwiegermutter naht. Sieht es bewusst, Haare auf der Brust. Peter Steiner und Erna Wassmer sitzen bereits im Komödiantenhimmel. Aber sie freuen sich ebenso sehr über ihre Begeisterung für den Theaterstadel, wie es bereits Millionen Stangelwirt-Fans bei unserer ersten Kollektion zum Ausdruck gebracht haben. Mein Frühstück. Ja. Gleich bringe ich das. Ja. Mein Süßer. Süßer? Süßer, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Ich sehe, ich bin jetzt hier flüssiger wie Wasser. Ich bin überflüssig. Ich schwimme von dannem. 1983 begann der Siegeszug von Peter Steiners Theaterstadel. Und zwar in München-Giesing. Es war ein Familienunternehmen der guten alten Schule. Nur einem einzigen Dienstherrn verpflichtet. Ihnen, dem Publikum. Ein Tisch, vier Stühle, eine bayerische Kommode und ganz viel Menschen der Herzlichkeit. Mehr brauchte es nicht, um Millionen von Fans zu begeistern. Ich bin sprachlos. Was? Herr liebe Gott, erhalte dir diesen Zustand. Wir präsentieren Ihnen Peter Steiners Theaterstadel. Über 20 Stunden beste Fernsehunterhaltung für Sie. Sag mal, willst du einen Narren aus mir machen? Oh, ich werde unter Natur nicht. Jetzt haben wir einen Puschnisch. Das ist Peter Steiners Theaterstadel. Freuen Sie sich auf die vor einem Millionen Publikum ausgestrahlenen Episoden. Außerdem sollen die drei feststellen, was du zusammenkuckst. Dann rentiert übrigens ein Lazarett bei uns auf den Hof. Jede einzelne Folge. 90 Minuten lang. Und das weit über 20 Stunden beste Fernsehunterhaltung für Sie. Wie komme ich zu dieser großen Ehre? Holen Sie sich die beste Fernsehunterhaltung auf 8 DVDs ins Haus. Jetzt anrufen 0800 045 44 00. Also wenn du zu mir kommen würdest, dann würd ich einen Liter Wein auf den Tisch hinstellen. Dann geh ich jetzt heim und ich komm nach. Lachen macht das Leben schön. Diese Titelmusik, gesungen von Peter und Gerda Steiner, brachte eigentlich alles auf den Punkt. Geschichten, die das Leben schrieb, Typen, die wir alle aus unserem Leben kennen und eine Schlagfertigkeit, von der wir träumen. Fertig war das Scharivari der guten Laune. Und Sie haben jetzt die Chance, diese TV-Serie komplett auf DVD zu erwerben. Rufen Sie uns jetzt an und Sie sparen mit diesem Anruf sofort 10 Euro. Ich versteh nicht, wie man so am Schnaps hängen kann. Ja, weißt denn du nicht, dass der Schnaps ein langsam wirkendes Gift ist? Das macht mir nichts aus, ich hab sehr viel Zeit. So. Weißt du, dass der Bertl der Richtige dafür ist? Der Bertl der Richtige, schau ihn doch an, genau der Richtige. Wenn dir ein Kamin einschaut, geht's Feuer aus. Auf Wiederschauen, ihr zwei Scheinbräutigen. Auf Wiedersehen, Liebling. Der geht mir schon langsam auf die Nerven mit seinem Liebling. Jetzt geh weiter. Ja, Liebling. Was? Es wird äußerst lustig, mitunter auch etwas frivol und immer sehr herzlich. Denn genau so verkörperte Theatergründer Peter Steiner das typisch bayerische Familienoberhaupt. Dem die Beziehungsprobleme seiner Lieben oft die Nerven rauchten. Tja, es stimmt, ein bisschen hat er sich selbst gespielt. Aber ein bisschen auch Sie, Ihre Nachbarn, Ihre Familie, Ihr Dorf. Wie auch immer, schauen Sie rein und erkennen Sie selbst. Peter Steiners Theaterstadl ist das Lieben von seiner bayerischen Zeit. Ich meine, ich komme jetzt auch schon schön langsam in die Jahre. Langsam ist gut. Da bist du bald schon wieder draußen. Für mich, für mich bist du schon in der dritten Blüte. Am Friedhof brauchst du auch nicht ein Ausgehen, weil es ist Heimgehen nicht mehr rentiert. Holen Sie sich weit über 20 Stunden beste Unterhaltung ins Haus. Wir haben Peter Steiners Theaterstadl mit 16 großartigen Stücken für Sie auf DVD zusammengestellt. In Erinnerung an Bayerns Theaterlegende Peter Steiner und die Volksschauspielerin Erna Wassmeer. Sie sparen mit Ihrem Anruf jetzt 10 Euro bei Ihrer Bestellung. Rufen Sie uns jetzt an. 0800 045 44 00. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Zur Tiago Stahlzeit. Wir spielen für euch Geschichten. 0800 045 44 00. Auch im Internet sind wir für Sie da. shop24direkt.de Übel sprachlos. Was? Herr liebe Gott, erhalte dir diesen Zustand. Wir präsentieren Ihnen Peter Steiners Theaterstadl. Über 20 Stunden beste Fernsehunterhaltung für Sie. Sag mal, willst du einen Narren aus mir machen? Oh, ich werde unter Natur nicht. Jetzt hab ich ja Puschnisch. Das ist Peter Steiners Theaterstadl. Freuen Sie sich auf die vor einem Millionen Publikum ausgestrahlenen Episoden. Außerdem sollen die drei feststellen, was du zusammenkuckst. Dann rentiert übrigens ein Lazarett bei uns auf den Hof. Jeder einzelne Folge. 90 Minuten lang. Und das weit über 20 Stunden beste Fernsehunterhaltung für Sie. Wir kommen zu dieser großen Ehre. Holen Sie sich die beste Fernsehunterhaltung auf 8 DVDs ins Haus. Jetzt anrufen. 0800 045 44 00.